Und damit ein herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal. Wartiges Thema Cyberpunk. Nach langem wieder. Und zwar begibt sich zum... Keine Ahnung. Bruder, ich weiß eigentlich nicht, was ich da machen soll. Wir sind auf jeden Fall Star. Und scheint alles ruhig zu sein. Das ist gruselig. Gibt es hier einen Eingang? Lauf. Weil ich sie bis jetzt keinen. Aber scheiß drauf. Wir kommen... Au! Auch so rüber. Ja gut. Wir haben zwar 6 HP verloren, aber scheiß drauf. Wir haben es jetzt eigentlich egal. Deswegen keine Ahnung, was ich hier machen soll. Jetzt gucken wir mal lieber die Waffe und dann gucken wir mal. Wirklich, ich soll da was... Hä? Ich soll da was abholen? Mehr nicht? Ja okay. Gut. Wir müssen so Kleinigkeiten machen und dann haben wir das Spiel auch schon fast zu Ende. Und mal gucken, wo wir jetzt hingehen. Wir haben noch ein paar Missionen offen. Also da sind wir nicht, da können wir ja auch ein bisschen wiederholt spielen. Ähm... Wollen wir mal als nächstes sprechen mit dem... Nein. Geht zum Champion. Nein, diegels. Ähm... Ich muss sagen, ich hab die Nacktszenen angelassen oder so. Man kann sie ja im Hauptmenü einstellen. Wegen YouTube. Deswegen hoffe ich einfach, dass da nichts kommt. Digga, warum muss ich mal was abholen, Alter? I mean... Ist zwar nice, aber... Bro... Okay, wir müssen jetzt jedenfalls die blindern. Mal gucken, wir wissen, wie sie so viel Scheiß haben. Dann können wir jetzt... Weil ich spare nicht auf ein neues Auto. Das kostet 227.000 und ich habe... Richtig. 138. Bin richtig am Arsch. Next Mission. Gucken wir mal, was noch auf uns wartet, Digga. Ah, ja, Mission. Ähm... Was ist das hier? Lass, untersuche den... Let's go! Wir sehen uns, wenn wir dort sind. Also ich jedenfalls, ne? Also ich spare euch das. Bis gleich. Nice. Jo, Leute, falls ihr mir wieder weiterfinden könnt... Liegt gerne in den Kommentaren, schreibt mich. Checks nicht. Wir sollen einen Ort finden, ja? Was ist dieser Nachricht? Warte. Irgendjemand, oder? Das ist diese Nachricht. Aber... Ich glaube, ich habe mir verstanden, dass es war irgendwie mit Tower 10 oder so. Aber ich wohne im Tower 10. Das ist das Ding. Also, falls ihr eine Ahnung habt, wo, dann schreibt es in den Kommentaren. Und das war's für heute Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss mit euch.